Wir, das Institut Hartheim mit Hauptsitz in Alkofen, sind eine Einrichtung, die Menschen mit kognitiven und multiplen Beeinträchtigungen betreuen und begleiten. In den vergangenen 50 Jahren haben wir uns zu einem Kompetenzzentrum im Bereich der Behindertenhilfe entwickelt und zeichnen uns durch ein umfassendes Betreuungs- und Pflegekonzept aus. Den uns anvertrauten Menschen bieten wir mehr als ein Dach über dem Kopf. Wir bieten ihnen ein Zuhause. Ob teilbetreut oder vollbetreut, wir stimmen die Wohnangebote auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden ab. Der Betreuungsalltag in den Wohngemeinschaften wird durch unsere Leitmotive Inklusion, Selbstbestimmung und personzentriertes Arbeiten geprägt. Es ist uns wichtig, den Menschen in unseren Einrichtungen eine Stimme zu geben, auch wenn sie nicht sprechen können. Die unterstützte Kommunikation hält hierfür eine Reihe von Hilfsmitteln bereit, die uns dies möglich machen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben eine umfassende Ausbildung durchlaufen und verfügen über fundierte Kompetenzen im Bereich der agogischen Begleitung und der Pflege. Dieses Wissen erlaubt es ihnen, auch anfallende Haushaltstätigkeiten, wie das Zusammenlegen von Wäsche zur Förderung unserer Kundinnen und Kunden heranzuziehen. Taktile Fertigkeiten, aber auch die Selbstständigkeit werden dadurch gestärkt. Bereichert wird der Lebensalltag in den Wohngemeinschaften mit Spielen und Freizeitaktivitäten. Einen ebenso wichtigen Stellenwert nehmen Pflege- und therapeutische Angebote ein. Ein für die familiäre Atmosphäre in der Wohngemeinschaft entscheidendes Ereignis stellt das gemeinsame Essen dar. Schon bei der Vorbereitung werden die Kundinnen und Kunden mit eingebunden und leisten ihren Beitrag zum Gemeinschaftsleben. Zusammenhalt und Geborgenheit werden spürbar. Wir bieten unsere Dienstleistungen mittlerweile in zehn Gemeinden im oberösterreichischen Zentralraum an. Sie finden uns in Alkofen, Everding, Feldkirchen, Hartkirchen, Machtrenk, Neuhofen, Ottensheim, Prambachkirchen, Wels und Willering. Unsere Wohnhäuser sind mit Gärten oder Freiflächen ausgestattet, wo unsere Kundinnen und Kunden einen Teil ihrer Freizeit verbringen können. Leben in der Gemeinschaft wirkt viele Herausforderungen. Es gibt unterschiedliche Bedürfnisse, die in Einklang gebracht werden müssen. Mitsprache ist wichtig. Entscheidungen werden nach Möglichkeit immer gemeinsam getroffen. Wir unterstützen das kreative Potenzial unserer Kundinnen und Kunden. Zeichnen, Malen und Formen ist eine Form der Kommunikation, gerade für Menschen, die nicht sprechen können. Die entstehenden Werke sind auch ein Spiegel ihres seelischen Befindens. Basale Stimulation, sprich das Anregen der Sinneswahrnehmung, ist in den Lebensalltag der Kundinnen und Kunden integriert. Fühlen, Riechen, Schmecken, Sehen, Hören. Die Sinne werden beim Baden mit Duftölen genauso gefördert, wie beim Zubereiten und Genießen von Mahlzeiten. Im Sinne einer ganzheitlichen Begleitung steht den Kundinnen und Kunden, aber auch externen Patientinnen und Patienten ein umfangreiches medizinisch-therapeutisches Angebot in unserem Ambulatorium offen. Ergotherapie, Physiotherapie, Logopädie, medizinische Heilmassage, medizinische und psychologische Diagnostik. Einen wichtigen Aspekt im therapeutischen Kontext stellt die Hilfsmittelversorgung dar. Dazu zählen passgenaue Schuhwerk bis hin zu individuell konstruierten Sitzschalen. Spiel und Spaß mit medizinischem Mehrwert. Das bietet unser therapeutisches Klettern im hauseigenen Turnsaal. Es verbessert die Augen-Hand-Koordination ebenso wie den Gleichgewichtssinn und fordert ein hohes Maß an Achtsamkeit. Im Übungsparcours gilt es verschiedene Herausforderungen zu meistern. Dabei wird das Bewegungsspektrum nachhaltig vergrößert, der eigene Körper bewusst erlebt und neue Fähigkeiten erkannt und weiterentwickelt. Unser Team aus Therapeutinnen und Therapeuten arbeitet nicht nur mit unterschiedlichen Behandlungsmethoden, sondern nutzt auch die zur Verfügung stehende Infrastruktur. So wird unser Therapiebad regelmäßig mit Anvertrauten genutzt. Gerade für Menschen, deren Bewegungsfreiheit durch schwere Spasmen, sprich nicht steuerbare Muskelverkrampfungen stark beeinträchtigt ist, bilden therapeutische Maßnahmen im warmen Wasser eine willkommene Abwechslung. Durch die Wärme und den Auftrieb im Wasser werden einzelne Mobilisierungsübungen erleichtert. Gelebte Inklusion. Bei der jüngsten Generation keine Utopie, sondern Alltag. Kinder mit und ohne Beeinträchtigung spielen, lernen und lachen gemeinsam. Jedes Kind in unserem integrativen Kindergarten und Hort ist einzigartig und wertvoll. Es bekommt die Aufmerksamkeit und Zuwendung, die es braucht. Bei ihrer Arbeit versuchen die Pädagoginnen und Pädagogen, eine sinnvolle Balance an Einzelförderung und Gruppenaktivitäten herzustellen. Wir unterstützen die Kinder bei der Persönlichkeitsentwicklung und fördern sie beim Erwerb unterschiedlicher Fähigkeiten. Wir arbeiten ressourcenorientiert. Das heißt, wir richten unseren Blick nicht auf die Defizite, sondern auf die vorhandenen Fertigkeiten der uns anvertrauten Kinder. Die gesunde Jause ist einer der täglichen Höhepunkte, bei dem alle Sinne angeregt werden. Gleichzeitig wird auch im Team gearbeitet und damit soziale Kompetenzen gestärkt. Dass sie schmeckt, versteht sich von selbst. Kreative Impulse offenbaren oft verborgene Talente und zeugen vom schier unerschöpflichen Fantasiereichtum der Kinder. In die Welt der Fantasie entführt sie auch das Lesen. Aus den Büchern lässt sich aber auch allerlei Interessantes über das Leben und die Welt, in der wir leben, erfahren. Im Morgenkreis versammeln sich die Kinder nach dem Eintreffen und beginnen gemeinsam den Tag. Nach dem Singen des Begrüßungsliedes besprechen die Kinder in der Gruppe das Tagesprogramm mit ihren Pädagoginnen und Pädagogen. Eine sinnstiftende Tätigkeit ist ein wesentlicher Faktor für Zufriedenheit und Wohlbefinden. In unseren Werk- und Erlebnisgruppen der fähigkeitsorientierten Aktivität finden unsere Kundinnen und Kunden verschiedenste, auf ihre Persönlichkeit abgestimmte Beschäftigungsangebote vor. Diese reichen von basalen Angeboten über Fach- und Servicewerkstätten bis hin zur integrativen Arbeit in Unternehmen. In den Werkstätten entsteht ein breites Sortiment an handwerklichen Produkten, die auch zum Verkauf stehen. Werkstücke aus Holz, Papier, Ton und anderen Materialien entstehen in liebevoller Arbeit. Bei der Arbeit steht aber nicht das fertige Produkt im Zentrum der Aufmerksamkeit, sondern der Entstehungsprozess. Die Arbeitsschritte an sich dienen der Festigung und Weiterentwicklung der Talente und kognitiven Kompetenzen unserer Kundinnen und Kunden. In der Computerwerkstätte werden gezielt während der Schulzeit erworbene Kulturfähigkeiten wie Schreiben, Rechnen und der Umgang mit modernen Medien ausgebaut. Diese sind eine wichtige Grundlage für ein möglichst selbstbestimmtes Leben und unterstützen die Inklusion in die Gesellschaft. Zu erwerben sind Geschenkideen aus den Werkstätten in zwei Verkaufskiosken. Im Eingangsbereich des Institutes Hartheim und im Wirtschaftstrakt des Schlosses Hartheim, aber auch in unseren zahlreichen Außenstellen. Natürlich finden Sie die mit Freude und Engagement gefertigten Geschenkideen auch auf unserem Adventmarkt im Institut Hartheim sowie auf anderen Kunst- und Weihnachtsmärkten in Gemeinden, in denen wir vertreten sind. Sie konnten jetzt einen Einblick in unsere ausgezeichnete Betreuungsarbeit gewinnen. Und ich darf mich hier mit einem Appell an Sie richten. Wir suchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die fachlich qualifiziert sind und hohes soziales und emotionales Engagement mitbringen, die unsere Menschen in der täglichen Arbeit begleiten und unterstützen. Wir bieten unseren Anvertrauten ein ausführliches Freizeitprogramm. Dies gelingt insbesondere durch die Unterstützung Ehrenamtlicher. Wir freuen uns, wenn sie Interesse haben und unsere Menschen in ihrer Freizeit begleiten wollen. Sei das bei Spaziergängen, bei Radausflügen oder wie auch immer sie ihre Hobbys bei uns einsetzen möchten.